Liebe Basketballfreunde, herzlich willkommen. Open Court, der Basketball-Podcast vom deutschen Meister und Pokalsieger des FC Bayern München. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön an alle einen herzlichen Gruß, die uns auf YouTube zuschauen, aber natürlich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Es ist eine Regelmäßigkeit, mit der wir diesen Podcast wieder an den Start bringen wollen während der laufenden Saison. Die ist ja schon gestartet, zumindest die BBL-Saison. Die Euroleague-Saison fängt dann auch an. Und wir haben uns etwas ganz Besonderes überlegt. Es wird alle vier Wochen einen ganz ausführlichen Talk geben mit einem der Protagonisten aus dem Umfeld des FC Bayern. Also Stichwort Basketball-Geschichte, Basketball-Historie, Basketball, aber vor allem auch nicht nur sportlich, sondern ganz, ganz persönlich. Und dann haben wir ein Update alle 14 Tage mit Steffen und Jens. Das heißt also, ihr werdet alle 14 Tage uns zu hören bekommen. Mein Name ist Matthias Killing. Ich bin zum einen als NBA-Kommentator unterwegs, aber auch vor allem Basketball-Fan, seit ich denken kann. Habe selber Basketball ganz, ganz viel gespielt. Komme aus einer der großen Basketballstädte Deutschlands, aber im Ehrlichen auch eine ganz kleine Stadt, nämlich Hagen. Da habe ich irgendwann mal gelernt und freue mich jetzt, hier zu sein und für den FC Bayern München Menschen zu interviewen. Ganz besondere Menschen. Und einer der ganz besonderen Neuzugänge des FC Bayern ist Johannes Vogtmann, der mir gegenüber sitzt. Hallo Joe. Servus. Freue mich sehr, dass wir diese erste Folge, zumindest meine erste Folge, hier machen dürfen. Ich habe vielleicht als allererstes mal Joe, Jo, Johannes, wie möchtest du von mir angesprochen werden? Das ist mir echt egal. Ich höre ständig alles Mögliche. Ja, ich nehme mich auch. In meiner Familie sagt es keiner. In meiner Familie bin ich Hannes. Tatsächlich. Und ja, deshalb, ich bin mit allem fein, habe mich an alle gewöhnt. Im Internet steht offizieller Spitzname Joe. Viele sagen aber auch Jo. Die Familie sagt Hannes. Was sagt deine Mama, dass alle dich Joe nennen oder Jo? Ja, das ist mir eigentlich egal. Also, das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Privatperson und der Sportler vielleicht so ein bisschen getrennt sind. Also, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Joe kam eigentlich aus einem, das war eigentlich ein Witz. Ich war früher immer Jo. Und dann hat ein sehr übermotivierter Trainer, der sehr viel mit englischen Fachbegriffen um sich geschmissen hat, der hat dann immer Joe gesagt. Und dann haben sich die anderen so ein bisschen lustig gemacht, weil sie es so komisch fanden. Und dann hat sich der Name Joe so ein bisschen als Gag eingeschlichen. Und dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Und dann ist es einfach so geblieben. Joe Herber war da vor mir da. Auch Johannes, der Joe genannt wurde. Deshalb habe ich einfach die Rolle übernommen. Das heißt, der Trainer, das war damals in Jena. Genau. In der Jugend noch? Genau, in der Jugend. In der Jugend. Und so wurdest du dann zum Joe. Aber gibt es einen Spitzname, wo du sagst, den habe ich am allerliebsten? Also, ich zum Beispiel finde es immer cool, wenn Leute zu mir Matze sagen. Mag ich sehr. Andere sagen aber auch Mattes. Das finde ich total bescheuert. Aber sagen auch andere. Also, mir ist es wirklich egal. Völlig wurscht. Wenn ich jetzt einen hätte, wo ich sage, das mag ich gar nicht, dann würde ich es dir sagen. Aber es ist mir wirklich egal. Du bist so genügsam. Ja, also wie gesagt, ich weiß, dass du mich meinst. Und deshalb alles entspannt. Hannes, erzähl doch mal. Wie geht es dir in München? Mir geht es super. Also, ich kannte die Stadt ja davor schon ziemlich gut. Warum? Woher kommt das? Meine Frau kommt hierher. Und wir haben große Teile Sommers auch immer hier verbracht. Also, wenn ich im Ausland gespielt habe, haben wir die Sommer eigentlich immer in Deutschland verbracht. Und dann waren wir teilweise hier und teilweise dann bei mir zu Hause in Eisenach. Und ja, deshalb ist es jetzt nicht, das Umfeld ist jetzt nicht neu für mich. Aber hier zu leben halt dann schon doch. Und alles, was das mit sich bringt, ist halt immer ein bisschen Arbeit und ein bisschen Stress. Deshalb hat es einige Zeit gebraucht, bis wir so richtig angekommen sind. Aber so, das Umfeld ist schon sehr, sehr vertraut. Sehr vertraut auf der einen Seite, sehr professionell natürlich auch mit den Bayern auf der anderen Seite. Wer hat sich mehr gefreut, deine Frau, dass es zurück in ihre Heimat geht, als das Angebot kam? Oder du, weil es natürlich auch eine sportliche Herausforderung ist, beim FC Bayern zu spielen? Ja, also, ich hätte jetzt, die einfachste Antwort wäre jetzt gewesen, eigentlich meine Frau. Aber die hat ein bisschen gebraucht. Nach den acht Jahren jetzt im Ausland, natürlich freut sie sich sehr, sehr, dass wir wieder zurück sind. Und dass sie in ihrer Heimat ist und dass sie nah bei ihren Freunden und ihrer Familie ist. Aber es war dann doch für sie doch schon ein bisschen komisch. Und deshalb, ja, ich, für mich war das eigentlich, ja, für mich war das die Idee, nach Deutschland zurückzukommen, irgendwie ein bisschen schneller eine gute Idee. Und ja, deshalb würde ich dann sagen, ich. Du warst ja lange weg, wie du gerade angesprochen hast. 2016, das letzte Spiel damals für Frankfurt. Dann nach Spanien, nach Russland gegangen. Reden wir später noch drüber, auch über diese Zeit. Zuletzt dann in Mailand gewesen. Mit welchem Gefühl kommst du auch zurück nach Deutschland? Auch im Sinne von, Basketball ist in den letzten Jahren in Deutschland größer geworden. Durch die Erfolge der Nationalmannschaft. Deine Erfolge übrigens auch. Du hast einen großen Teil dazu beigetragen. Auch der mediale Fokus ist voll da. Und das war schon eine Geschichte ja auch. Der Weltmeister kommt zurück nach Deutschland. Hast du das ein bisschen auch gespürt, dass eine große Freude da ist, dass einer unserer Weltmeister wieder in der BBL spielt? Das habe ich schon gespürt. Und ich habe auch von Teamkollegen, habe ich positives Feedback bekommen. Wer hat die erste Nachricht geschrieben? Ja, ich sage mal so, die erste Nachricht. Wir haben uns dann schon, als das offiziell geworden ist, haben wir schon miteinander noch, waren wir noch gerade unterwegs mit den Nationalmannschaften. Okay. Deshalb, das war dann doch ein persönliches Gespräch. Aber die haben alle super positiv reagiert. Und das war natürlich auch sehr angenehm, weil die sind auch mit einer der Gründe, warum ich hier bin. Weil, wie gesagt, wir eine gute Chemie haben auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes. Und ja, ich glaube, dass wir diese Chemie irgendwie auch übertragen können auf eine erfolgreiche Zeit hier. Welche Rolle hat für dich die Entscheidung, auch zu den Bayern zu gehen, gespielt, dass mit Gordon Herbert der Trainer da ist, mit dem du jetzt den größten Erfolg deines Lebens auch gefeiert hast? Das war auch einer der Gründe. Ich meine, wir kennen uns sehr gut. Wir haben ziemlich viel zusammen erlebt in Frankfurt schon. International, ja auch. Genau. Ich weiß genau, was er verlangt von Spielern. Ich weiß genau, was, oder er weiß genau, was ich verlange von einem Trainer. Und wir wissen aber auch beide, was wir uns gegenseitig geben können. Und deshalb war unsere Chemie immer gut. Und ja, deshalb war das einer der Gründe auch, warum ich hier bin. Was verlangst du von einem Trainer? Na, ich verlange von einem Trainer Fairness. Fairness und dass er klare Strukturen vorgibt. Ja, soweit das ein Spieler einfordern kann vom Trainer. Aber sagen wir mal so, für einen Trainer ist es, glaube ich, auch interessant zu wissen, was ein Spieler vielleicht braucht. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich relativ genügsam als Spieler. Aber gewisse Sachen, ja, glaube ich, dass ein Trainer die irgendwie vorgeben muss. Und das weiß Gordi und das ist gut, weil das passt ziemlich gut mit seinen Werten sozusagen. Jetzt hast du die letzten Jahre ihn in der Nationalmannschaft erlebt. Erlebst ihn jetzt im täglichen Training hier. Wir sind zu Saisonbeginn. Euer Saisonbeginn war ein, ich will es mal sagen, durchwachsener. Durch die Niederlage ja auch in Ludwigsburg. Aber dann dieser knappe Sieg gegen Hamburg. Erstmal 2 zu 1 steht es jetzt aktuell. Heute ist, was haben wir heute für einen Wochentag? Mittwoch, glaube ich, wo wir aufzeichnen. Nee, Dienstag. Dienstag ist, genau. Dienstag ist. Und Euroleague steht am Donnerstag an gegen Real Madrid. Dann auch im SAP-Garten endlich. Aber wie ist das mit Gordi so im täglichen Arbeiten im Vergleich zu früher? Da war es auch tägliches Arbeiten über den Sommer, keine Frage. Aber das war dann nach ein paar Wochen wieder vorbei. Ja, ich glaube, du kannst ganz anders arbeiten in der Saison, im Gegensatz zu dem Sommer. Und du kennst es ja aus Frankfurt, ne? Genau. Also im Sommer ist es halt so, du musst halt schnell, schnell die Grundsachen etablieren. Und kannst nicht so sehr Wert aufs Detail legen. Über eine ganze Saison hast du erstmal natürlich viel mehr Zeit, Sachen zu implementieren, die wichtig sind als Trainer. Und du musst halt nochmal anders auf Situationen reagieren. Also ich meine, wenn du jetzt sechs Wochen im Sommer hast, dann werden sich die Rollen nicht groß verändern. Also du fängst mit 16 Leuten an, irgendwann hast du einen Zwölferkader fertig. Und dann bleiben die Rollen eigentlich für die sechs Wochen so. Da ändert sich nicht viel. Über eine Saison kann immer viel passieren. Die Leistung kann variieren. Es können sich Leute verletzen. Ich glaube, mal auf Holz. Aber das kann immer dazwischen kommen. Ja. Und deswegen, wie gesagt, hast du einfach mehr Zeit und ein bisschen an mehr Stellschrauben zu drehen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich kann, ich kenne das aus Frankfurt. Da war er noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen, sagen wir mal, extrovertierter. Vielleicht nicht extrovertierter, aber ein bisschen, sein ganzes Style hat sich ein bisschen geändert. Der ist ein bisschen ruhiger geworden. In Frankfurt gab es dann schon die ein oder andere Trainingseinheit, wo es ein bisschen lauter wurde. Aber, ja, das hat sich ein bisschen abgekühlt. Gott, die hat sich verändert, auch insofern, auch uns Journalisten gegenüber, kann ich dir sagen. Also, ich kann mich gut an die BBL-Zeit erinnern. Als er in Frankfurt war, da habe ich ihn auch einige Male interviewt. Da hast du als Reporter immer einen großen Respekt im Sinne gehabt. Was passiert jetzt? Was kommt jetzt? Es war völlig unvorstellbar, dass da irgendwie ein Interview, also du musstest immer auf der Hut sein, weil du nicht wusstest, was gerade auch in seinem Kopf vorgeht. Und das hat sich brutal auch verändert. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm ein langes Gespräch zu führen im Sommer bei der Nationalmannschaft, als er in London war, kurz an dem Tag des USA-Spiels, was er ja ganz knapp verloren hat und was ja ein toller Auftritt war. Und da hatte ich gefragt, kann ich irgendwie, weil ich das Spiel kommentiert habe, ob ich irgendwie mit Gordi nachmittags eine Viertelstunde mal reden kann. Und dann saß ich über eine Stunde mit dem und er hat so toll erzählt und einfach auch von euch erzählt. Und ich kann nur jedem Fan auch dieses Buch empfehlen, wo du ja selber auch deine Teile mitgeschrieben hast. Die Jungs gaben mir mein Leben zurück. Da hat er eine große Veränderung als Person durchgemacht. Insofern bin ich super spannend, das jetzt auch hier in München dann zu beobachten, wie das dann auch während der Saison, dazugegebenermaßen ja auch harten Saison mit BBL und eben Euroleague sich entwickeln wird. Gehen wir noch einmal zu dir ganz kurz. Der Sommer war ja insofern für dich auch mit Olympia super voll. Auf der einen Seite, du hast mit einer Fußverletzung Olympia gespielt. Das ist zumindest danach dann auch berichtet worden. Hast dich da fit spritzen müssen wahrscheinlich, oder? Wie läuft sowas? Nee, also ich bin halt mit dieser Fußverletzung dann aus der Olympiade rausgegangen. Achso, die hast du während der Olympia bekommen. Ja, genau. Also das war, ich habe jetzt nicht davor da mitgespielt. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen bitter. In welchem Spiel ist das passiert? Ja, das würde ich am liebsten nicht so gerne sagen. Ja, musst du ja nicht. In diesem Podcast kannst du mal alle umdrehen. Also das wurde nicht so genau kommuniziert. Aber das ist auch nicht so wichtig. Was mehr weh getan hat bei Olympia war die Niederlage. Dieser vierte Platz. Was hat mehr weh getan? Hat das Halbfinale zu verlieren mehr weh getan? Also das Spiel und Platz drei, daran denke ich gar nicht mehr. Weil das war einfach, wir waren nicht bereit dafür, nach dieser Sache, die im Halbfinale da passiert ist. Welche Sache meinst du? Was ist aus deiner Sicht passiert? Ja, also für das Spiel und Platz drei waren wir emotional nicht bereit. Nicht bereit, ja. Und die Serben waren auch besser als wir. Also die haben es verdient gehabt. Also die haben die Medaille in dem Spiel mehr verdient gehabt als wir. Das war einfach, die waren einfach besser und wir waren nicht, wir waren nicht da. In dem, in dem Frankreich-Spiel, das, das wird, das wird, glaube ich, noch lange, noch lange nachhängen. Ja, also dieses, dieser, du hast ein Team gespielt, was sehr gestruggelt hat die ganze Zeit. Was du im Griff hattest, wo du, ja, das war eigentlich alles angerichtet, dass du die schlägst und dann hast du ausgerechnet zu der Zeit vielleicht das schlechteste Spiel. Alle Spieler waren nicht an ihrem Leistungslimit. Und ja, dann kommt alles zusammen. Die Franzosen haben gut gespielt, hatten den Rückenwind aus dem Viertelfinale noch, wo sie die Kanadier geschlagen haben, ihr bestes Spiel gemacht haben. Und das ist halt dieses, wir hatten das letztes Jahr viel angesprochen, also dieses, deine guten Spiele zur richtigen Zeit und deine schlechten Spiele zur richtigen Zeit zu haben. Das ist enorm wichtig in so einem Turnier. Und das macht es dann am Ende auch aus, dass dieser kleine Glücksfaktor vielleicht, den du, den du brauchst. Und, und den hatten wir halt in dem, in dem Jahr davor hatten wir den. Unser schlechtes Spiel gegen Lettland gemacht. Wenn der Bertrands Dreier reingeht, dann seid ihr weg. Genau, und auch wenn wir mit der Leistung gegen jeden anderen Gegner gespielt hätten, wären wir, wäre es da auch vorbei gewesen. Also du, du brauchst dieses, du brauchst diesen, diesen kleinen Glücksfaktor brauchst du. Und jetzt hatten wir halt unser schlechtestes Spiel im Halbfinale, in dem vielleicht wichtigsten Spiel des Turniers. Man merkt, dass das an dir nagt. Und man merkt, dass diese Niederlage an euch, egal mit wem man spricht aus der Mannschaft, dass das nagt. Dass das ein Thema ist, was auch wahrscheinlich noch ein paar Wochen, vielleicht Monate braucht, um das wirklich aus der Birne rauszukriegen. Da wird der neue Bundestrainer wahrscheinlich auch eine Aufgabe dann noch haben. Wenn ich das mal so als stiller Beobachter dieser ganzen Szene sagen darf, ihr habt in den letzten drei Jahren Basketball-Deutschland, auch mit diesem Plan von Gordi, drei Jahre, drei Medaillen, was ja auch jetzt, ich weiß noch, diese erste Pressekonferenz, wo alle gesagt haben, der spinnt. Und dann ging es ja, glaube ich, sogar los mit einer Niederlage gegen Estland. Egal, alles alte Geschichten. Ihr habt Basketball-Deutschland so viel Freude gemacht und so begeistert. Und ich finde auch einen vierten Platz bei den Olympischen Spielen. Ich habe selber das deutsche Haus moderiert und habe das immer wieder gesagt. Ich habe sechste, siebte, achte Plätze gefeiert von Olympianiken. Ich weiß, für den Leistungssportler hört sich das jetzt an wie, ja, ja, nee, aber sei selber mal in der Situation, das ist eine andere Nummer. Aber ich kann nur sagen, auch ein vierter Platz bei Olympia, ich ziehe den Hut. Das ist großartig. Und ich hoffe, das weiß die Mannschaft auch. Danke dir auf jeden Fall. Aber das wissen wir auch. Das wisst ihr, ne? Du weißt das ja, rational weißt du das ja. Und wenn ich andere Sportarten gucke, dann sage ich auch, boah, da ist jemand Vierter geworden. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Kajak oder egal wo. Du nimmst aber trotzdem nichts mit nach Hause. Und das wolltet ihr natürlich auch wieder. Und das Problem daran ist, dass für mich, jetzt persönlich kann ich jetzt nicht für die anderen sprechen, aber für mich hat Olympia den ultimativen Stellenwert. Also für mich als Sportfan ist Olympia das Nonplusultra. Ich würde wahrscheinlich meinen Weltmeistertitel eintauschen gegen diese Bronze-Medaille. Echt? Aber das ist halt noch was anderes. Olympia ist was anderes. Und die Olympia-Medaille, die war ein großes Ziel. Und das ist, ja, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Für mich persönlich ist das, würde ich es wahrscheinlich machen. Krass. Aber ich kriege Gänsehaut. Wirklich? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also, aber dieses Gesamte Ereignis, auch wie gesagt, alle vier Jahre so viele andere Sportler. Du hast so dieses, was alle immer so beschreiben, dieses Teamgefühl als gesamtes Team Deutschland. Das macht noch mal was mit dir. Und das ist auch, emotional war das ziemlich aufwühlend die ganze Zeit. Ja, und du hast da wirklich viel reingepackt. Und das erste Mal, als wir bei Olympia dabei waren, 20, also 21 in Tokio, da waren wir froh, dass wir da waren. Also da war das eine absolute Überraschung, dass wir es dorthin geschafft haben. Aber jetzt war es so, du kommst halt da hin und hast halt wirklich eine Chance, eine Medaille zu holen. Ja, du bist einer der Favoriten als Weltmeister, ganz automatisch. Genau, und du bist so kurz davor und du spielst ein Spiel, was du gewinnen kannst und wo du wahrscheinlich sogar Favorit bist, auch wenn du in Frankreich spielst gegen Frankreich. Und verlierst es dann, das ist bitter. Aber natürlich, wenn du einen Schritt zurück machst oder zwei, dann siehst du natürlich, dass überhaupt in die Position gekommen zu sein, zu sagen, hey, wir sind jetzt traurig über den vierten Platz, ist natürlich auch schon was. Aber am Ende, wie gesagt, die Medaille hätte ich gerne. Und wenn es ein Spiel gibt in meiner Karriere, das ich noch mal spielen würde, dann wäre es das Frankreich. Dann wäre es das Frankreich. Was würdest du anders machen in dem Spiel? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass wir vielleicht von zehn Spielen hätten wir wahrscheinlich sieben gewonnen. Ja, wahrscheinlich. Also da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich sage so, ich gehe sogar so weit nach dem Vorbereitungsspiel gegen die USA. Die wären auch für euch, ich meine, das haben sie im Finale übrigens ja auch gezeigt, indem sie lange hinten waren dann. Das hättet ihr genauso, also das wäre auch gewinnbar gewesen, wo alle im Vorfeld gesagt haben, dieses Team wird niemals schlagbar sein. Also die Amerikaner, auch das hättet ihr gewinnen können. Aber du hättest halt die Medaille sicher. Genau, da hast du die Silberne. Das ist das Ding. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen brauchen. Und deshalb ist Olympia jetzt, Olympia hat jetzt so einen kleinen Schatten in meinem Kopf. Aber das wird sich hoffentlich irgendwann wieder... Happy Birthday. Du hattest Geburtstag, ne? Genau, ja. Du bist 32 geworden vorgestern? Gestern. Gestern, stimmt. 30. September. 30. September. Das heißt, du wirst bei den Olympischen Spielen in Los Angeles dann, jetzt muss ich rechnen, 35 sein. Kurz vor 36. Ist das eine Option? Einmal nochmal diese Medaille angreifen? Weil ich merke, was du da für einen Traum hast. Also ich glaube ja, aber ich glaube, die Enttäuschung ist deshalb so groß, weil ich glaube, dass das nichts mehr wird. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir wirklich noch nicht so richtig Gedanken gemacht, aber vier Jahre ist eine lange Zeit. Klar. Vier Jahre ist eine lange Zeit. Man soll niemals nie sagen, aber wie gesagt, ich habe mir noch wirklich nicht so Gedanken gemacht. Guck mal, was andere mit 39 oder 40 auf dem Paket noch schaffen. Das ist zu bewundern, auf jeden Fall. Du hast gegen ihn gespielt gerade. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht. Also wie gesagt, wenn es nur darum geht, vielleicht dieses Ereignis zu, ja, oder diese Enttäuschung wegzulöschen irgendwie, dann würde ich keine Sekunde zögern. Aber es spielen natürlich auch noch mehrere Sachen eine Rolle. Klar, völlig klar. Mit dem neuen Bundestrainer, mit Alex Momro schon gesprochen? Ja, wir haben schon, er war hier, hat sich ein paar Trainings angeguckt und haben uns die Zeit genommen, ein bisschen zu coachen. Warst du das für einen Eindruck? Ja, einen sehr guten. Er macht einen sehr guten Eindruck, ist sich der Aufgabe bewusst und ist sich aber auch der Chance, die wir haben, bewusst, weiterhin als Nationalmannschaft viele Erfolge zu haben. Und ja, deshalb war es ein sehr, sehr gutes Gespräch. Du bist 1932 geworden. Das heißt, du bist 1992 geboren in Eisenach, kurz nach der Wende. 1993 ist die deutsche Nationalmannschaft, der jetzt schon wieder seine Medaille gewonnen hat, Europameister geworden. Ich kann mich gut erinnern, insofern, weil ich damals schon 13 war. Das heißt, ich bin zwei, drei Tage älter als du. Aber das spielt keine Rolle, sondern es geht mir darum, der kleine Hannes, der kleine Joe, wie auch immer in Eisenach, wenn dir einer Ende der 90er gesagt hätte, du wirst mal Basketball-Weltmeister, also sieben, acht, neun Jahre alt warst. Was hättest du damals geantwortet? Da hättest du ja mit Basketball noch gar nichts geantwortet. Nein, nein, nein. Also da war, also Weltmeister wäre ich damals gerne geworden, auf jeden Fall. Aber ich hätte dann wahrscheinlich gedacht, dass es Handball wird oder so. Ja, das, also wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, Sportfan durch und durch und auch Sport verfolgt, alle möglichen Sportarten verfolgt. Was war so dein erster Sport, den du gemacht hast? Gemacht habe ich als erstes Handball. Handball. Ja, das war der erste. Dann habe ich Fußball, kam dann dazu, dann habe ich dann parallel gemacht und irgendwann habe ich dann angefangen mit, also mit 15 habe ich dann angefangen Basketball-Sport. Wollte ich gerade sagen, relativ spät, ne? Also du bist dann entdeckt worden, zumindest habe ich das so gelesen, dass du von einem Trainer irgendwie angesprochen wurdest, hey, der Kerl ist lang irgendwie, komm nochmal zum Basketball. Ne, wir sind, das war so, also erstmal, der erste Kontakt zum Basketball kam durch meinen Großvater, der war in Sachsen, mein Vater kommt aus Sachsen, der war Basketball-Trainer an der Uni. Und der, immer wenn wir bei dem zu Besuch waren, haben wir im Basketball gespielt so ein bisschen. Aber dadurch, dass wir alle Sportarten gemacht haben, haben wir halt da einfach eine neue dazu gemacht, so ein bisschen einfach, wir haben Tennis gespielt, Volleyball und da war bei Opa, war halt immer Basketball so ein bisschen dabei. Aber rein aus Spaß. Aber wirklich nur so Schulhof-mäßig? Ja, ja, genau, er hatte halt dadurch, dass er Trainer war, hatte er Schlüssel zu verschiedenen Anlagen, zu Freiplätzen und zu Hallen, deshalb konnten wir da immer ein bisschen datteln. Das war der erste Kontakt zum Basketball, davor gar nichts mit Basketball zu tun gehabt. Und dann irgendwann, ich glaube, ich war 13, hat meine Sommerferien angefangen und meine Oma ist Schulleiterin gewesen in Eisenach und die hat einen Flyer gekriegt für ein Sommercamp in Jena, für ein Freizeit-Basketball-Camp. Und da hat sie gesagt, hat sich jetzt hier bei mir in der Schule keiner gemeldet, deshalb, warum schicke ich meine Enkel hin? Und dann sind wir dorthin, einfach als Freizeit-Beschäftigung. Und dann waren wir dort und wie gesagt, davor nie, außer bei Opa, so ein bisschen rumgedadelt, haben wir sonst nie Basketball gespielt und dann sind wir da hingekommen. Also, wie gesagt, wir hatten ein gewisses Talent für Bälle. Für Bälle. Für den Ball, aber noch nicht für den Korb. Genau, also auch Schrittfehler und so, wenn du in ein Handballspiel guckst als Basketballer, dann fragst du dich, wo die ganzen Schritte herkommen. Ja, die dürfen drei machen, dann prellen und dann wieder drei machen. Genau, also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Und genau so habe ich dann auch Basketball gespielt. Aber die Trainer dort haben dann gesagt, okay, der ist groß, der hat ein gewisses Ballgefühl. Warum nicht? Und dann habe ich quasi das Angebot bekommen, dann auf die Sportsruhe zu gehen. Und habe dann aber erstmal gesagt, ja, muss ich mal drüber nachdenken. Dann habe ich ein Jahr drüber nachgedacht. Ein Jahr? Ja, genau. Also, das war in den Sommerferien. Und dann bin ich quasi zurück nach Eisenach, habe noch ein Jahr Handball gespielt. Eisenach übrigens hat immer einen Zweitligisten im Handball gehabt oder eben jetzt aktuell sogar einen Bundesligisten wieder. Bundesligisten, genau. Ich weiß nicht, aber mit der ersten Autogramme Ende der 80er Jahre, da haben die auch schon mal, glaube ich, Bundesliga oder so gespielt. Ja, genau. Anfang der 90er, Entschuldigung. Mein Vater hat dann auch in Eisenach gespielt. Ach, der war Handballtorhüter, genau. In dieser Zeit, wo die Bundesliga gespielt haben? Ja. Also, das muss so 90, 91 gewesen sein, ne? Da hat der, glaube ich, gerade aufgehört. Da hat der gerade aufgehört. Weil meine Großeltern haben ganz auf der anderen Seite der Grenze damals in Bad Hersfeld gelebt. Und ich weiß noch, die haben sich da ein Handballspiel in Eisenach nach der Wende irgendwie angeguckt und haben mir dann Autogramme mitgebracht. Ey, ich überdenke gerade, man muss sich mal suchen, die Dinger. Autogramm von deinem Papa dabei war. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, Handballstadt, deshalb war Handball immer das große Ding. Und wie gesagt, ich habe dann halt überlegt und hin und her überlegt, aufs Internat gehen, ist das was für mich? Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das. Die Chance, zurückzugehen, gab es ja dann immer. Immer, ja. Und das habe ich gemacht und das war eine goldrichtige Entscheidung. Goldrichtige Entscheidung, weil du dann sehr schnell, sehr schnell ja auch es geschafft hast, sozusagen vom Basketballanfänger in einem Verein hineinzukommen in die Profistrukturen. Das hat keine drei Jahre gefühlt gedauert, ne? Da warst du bei Sancti Jena mittendrin. Genau, das erste Jahr war tough. Also, das erste Jahr, wie gesagt, dadurch, dass ich zehn Jahre lang Handball gespielt hatte, hatten sich die Regeln da so eingeschliffen, ja, Fouls und sowas. Und Körperlichkeit ist halt eine andere, also. Du warst ein sehr harter Verteidiger. Nee, aber Basketball ist ja auch ein harter Sport, aber der Körperkontakt ist an anderen Stellen. Ah. Und an anderen Situationen, also das, wie gesagt, das ist der Unterschied und das braucht halt ein bisschen, ne? Naja, aber während jetzt beispielsweise beim Handball, also ein normales Foul, zumindest aus meiner Erfahrung beim Handball, ist beim Basketball relativ schnell schon ein Absichtliches. Ja, ja, genau, aber wie gesagt, weil der, also du kannst halt im Handball den Ballführten sehr hart attackieren, das geht im Basketball halt nicht. Aber quasi Ball entfernt ist im Basketball auch vieles möglich. Ich wollte gerade sagen, also was da unter dem Korb abgeht, das sieht man, aber wenn du das zum ersten Mal, wenn du selber spielst und das spürst und dann auf einem Niveau, wie ihr spielt und so jemand wie ich, der hat irgendwann mal in der dritten Liga ein bisschen mitgemacht, aber da würde ich ja heute, können Sie gleich einen Krankenwagen rufen. Ja, genau, also dieser Mythos vom körperlosen Sport, der ist halt schon lange überholt und genau, das hat sehr, sehr lange gedauert für mich, also ich kann mich an das erste Trainingslager erinnern, da bin ich dann nach, glaube ich, zwei Minuten bin ich rausgenommen worden und dann hat der Co-Trainer mit mir quasi so ein paar Sachen geübt, so ein paar Grundsachen, die die anderen alle schon konnten mit 14, bist du, können die ja schon, können die schon viele Sachen und ich kannte halt wirklich, also nichts, also es war, war wirklich sehr, das erste Jahr, das erste Jahr war sehr, sehr hart. Auch, weil ich halt selber nicht, also selber nicht gemerkt habe, okay, dass es so richtig vorangeht und dann habe ich, und dann habe ich nach dem ersten Jahr, habe ich den ganzen Sommer halt gearbeitet mit dem Trainer und der Trainer übrigens, mit dem ich jetzt immer noch im Sommer zusammenarbeite, das war quasi mein erster Trainer, mein erster richtiger Basketballtrainer. Das machst du also bis heute in Eisenach oder? Nee, wir machen das je nachdem, wo ich gerade bin, wo er gerade ist, der ist jetzt gerade Co-Trainer in Ludwigsburg, war davor Co-Trainer in Bayreuth und Trainer in Bayreuth. Das heißt, dann gehst du da auch hin im Sommer, wo er ist oder ihr trefft? Genau, wir treffen uns dann, wir treffen uns manchmal in Jena, wir treffen uns manchmal, haben uns dann in Bayreuth getroffen ab und zu, wir haben auch in Eisenach schon trainiert. Also du machst das wie Dirk, wie Dirk Nowitzki eben mit Holger Geschwindner, der ja auch jeden Sommer schon als NBA-Star in irgendwelchen Hallen rund um Würzburg trainiert hat. Ja, also wir haben, wie gesagt, auch in Eisenach schon mal trainiert und da kam dann der Hausmeister rein und hat gefragt, ob ich nicht abends nochmal kommen will, weil abends spielen die, er findet das ganz gut, was ich mache, weil abends würde die erste Mannschaft trainieren und ob ich da nicht Lust hätte mitzuspielen. Und was war das für eine Liga? Nein, das war irgendeine, das war irgendeine, ja genau, das war irgendeine, eine Spaß-Truppe, aber er meinte, es würde ganz gut aussehen, ich soll doch mal abends wiederkommen. Das ist ja ein bisschen Wichtige. Das war, das war ganz, war ganz witzig. Was hast du gesagt? Das war ganz witzig. Hast du gesagt, sorry, ich... Ich habe gesagt, nee, nee, ich habe, ich habe, ich habe schon Pläne. Ich habe, ich habe schon, du hast aber nicht gesagt, nee, nee, ich bin hier, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Ich bin schon Profi oder ich bin, ich bin, ich spiele in, was weiß ich, Spanien oder in Moskau oder wo auch immer. Nee, nee, viel Lust. Das war, das war, das war, das war, das war echt witzig, aber das ist halt auch das, was ich, was ich so mag, dass man quasi ungestört so ein bisschen seine, seine Sachen machen kann. Du bist sehr bodenständig, wenn ich das dir als Kompliment geben darf, zumindest kommst du sehr bodenständig rüber, obwohl du ja nicht nur große Erfolge mit der Nationalmannschaft, sondern ja auch als Vereinsspieler große Erfolge gefeiert hast. Bist du so erzogen worden, wo kommt das her? Ja, sicher. Also, das ist, das ist, das ist Erziehung, klar. Also, vieles meiner Persönlichkeit habe ich, habe ich, ja, meine Eltern zu verdanken und auch meiner, die Art, wie ich bin und meine, 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 wie ich ans Leben rangehe und so, habe ich meinen Eltern zu verdanken. Also, ähm, bin da sehr, sehr, bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, tolles Elternhaus, äh, ich habe einen tollen Bruder und wir sind, wir sind da echt dankbar dafür, dass, dass wir, dass wir so eine tolle Kindheit hatten und, ähm, ja, dass wir so erzogen sind, äh, erzogen worden sind, wie wir, wie wir, äh, wie das, wie das, äh, ja, gelaufen ist. Klingt nach ganz viel Liebe auch in der Kindheit? Ja. Ganz viel Geborgenheit? Ja, also, ganz, aber, ja, ganz viel Geborgenheit, aber auch, ähm, dass wir, wir wurden auch gefordert, also, wir wurden auch gefordert, es wurde, ähm, Wettkampf hat immer eine Rolle gespielt und auch eine gewisse Disziplin hat eine Rolle gespielt, ähm, ich, äh, meine, meine Mutter ist auch Lehrerin, deshalb, ähm, lief die Schule auch immer ganz gut. Welche Fächer? Ähm, Grundschullehrerin, also, die macht alles so ein bisschen, ist jetzt, ist quasi in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten, ähm, also, äh, die, die, die macht alles, alles so ein bisschen, aber natürlich ist dann, ist dann Hausaufgaben, wenn dann eine Lehrerin nochmal drüber guckt, äh, ist das, ist das schon nochmal, ist das schon nochmal was anderes. Was hat denn eine Mama als jemand, der, oder deine Eltern, ne, dein Papa auch Leistungssportler gewesen, Mama eben in der Rolle, die du gerade auch gesprochen hast, aber doch, es klingt alles sehr behütet, was haben die, haben die, waren die da, waren die in Manila, haben die, oder waren sie nicht da und haben sie am Fernsehen geschaut, als du diesen Riesenerfolg auf einmal dann hattest und, äh, etwas erreicht hast, was ja, sich Basketball Deutschland, das sind wir auch ehrlich, nie erträumt hätte, dass wir Weltmeister werden können. Ja, also, die waren, waren leider nicht da, ähm, aber, Was haben sie dir geschrieben? Äh, oder angerufen? Also, mein, mein, also, meine Frau war gerade bei, bei meinem Vater, ähm, die, äh, die habe ich, die haben, die waren da die Ersten, die ich angerufen habe, ähm, und die waren, die waren halt super happy, und, ähm, ich weiß gar nicht, was meine, ich weiß gar nicht, was meine, ich weiß gar nicht, was meine, ich weiß gar nicht, was meine Mutter mich angerufen hat oder was geschrieben hat, aber ich glaube, die, äh, ich glaube, die hat angerufen. Aber das, ähm, ja, also, für mich ist das dann so immer, wenn ich, wenn ich dann zurückgucke, das, äh, das ist im Moment, ist dann immer so, ähm, overwhelming, ähm, so alles, alle Gefühle kommen auf einmal und, und das ist ein bisschen, ein bisschen viel alles, aber, ähm, wenn du dann so zurückguckst, ähm, dann verspürst du halt so eine Dankbarkeit und verspürst auch so eine, äh, ja, so eine, ja, einfach eine tiefe Dankbarkeit, äh, den Eltern gegenüber. Ähm, wie gesagt, wir haben eben darüber gesprochen, ich habe angefangen, mit vier Jahren Handball zu spielen oder mit viereinhalb, ähm, das heißt, für die war es auch immer dann viel Arbeit, bei uns zum Training zu fahren, ähm, selber beide gearbeitet, ähm, und wie gesagt, zwei Kinder zum Training gefahren, manchmal in unterschiedliche Hallen, ähm, viel, viel Zeit geopfert, ähm, gerade meine Mutter, die, 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 ähm, ja, viel, viel gemacht hat, ähm, ähm, und das ist, äh, ja, das ist nicht selbstverständlich und, äh, mein Bruder und ich sind da echt, äh, sehr dankbar für, dass es, dass es gemacht hat. Was macht dein Bruder? Mein Bruder war auch, äh, Basketballprofi, ähm, ähm, und hat jetzt, äh, ist jünger als ich und hat jetzt seine, seine Karriere beendet und ist jetzt im, steigt ins Berufsleben ein. Okay, was ja für einen Leistungssportler oftmals auch die nächste Challenge des Lebens ist. Hast du dafür schon für diese Zeit schon Pläne? Ähm, also konkrete Pläne nicht, ich habe tausend verschiedene Ideen, ähm. Auf was hast du Bock? Also eher Trainer oder willst du im Basketball bleiben, Management oder sagst du, wir machen was ganz anderes? Es gibt, wie gesagt, es gibt verschiedene Sachen, als Trainer kann ich mir nicht vorstellen, ähm, weil so schön wie der Beruf Basketballer ist, ähm, würde ich gerne irgendwann haben, dass die schlechten Seiten aufhören. Und die schlechten Seiten sind, dass du viel weg bist, viel von der Familie weg und als Trainer Jobsicherheit immer eine, eine Sache, ähm, und ich glaube, äh, dass ich das gerne dann erstmal nicht mehr haben würde. Ja, ähm, will aber auch jetzt nicht sagen, dass ich das nie machen werde, aber erstmal glaube ich, ist das keine, ist das keine Alternative. Aber, ähm, ich kann mir schon vorstellen, irgendwie im Basketball zu bleiben, ich kann mir aber auch vorstellen, was ganz anderes zu machen. Also, ich habe viele Interessen, äh, ich habe, hätte auch Bock, irgendeinen Beruf zu erlernen vielleicht, also einen, einen klassischen, vielleicht ein Handwerksberuf oder so. Das heißt, du hast noch gar nichts gelernt? Ich habe, ich habe quasi, ich habe quasi nichts gelernt. Schule, Schule und Basketball. Ich habe Schule und Basketball gemacht, genau. Also ich habe, äh, ich habe Abitur, aber sonst nichts Richtiges gelernt. Ja, du wirst einen Weg finden, da bin ich mir ganz sicher. Äh, wir wollen ja jetzt in diesem Podcast jetzt irgendwie Berufsberatung oder sonst irgendwas machen. Ich glaube, wichtig ist nur, finde etwas, ne, wo du Spaß hast. Ich zum Beispiel habe in meinem Beruf wahnsinnig viel Spaß. Mir macht das große Freude, nicht nur so etwas wie mit dir jetzt hier zu machen, jeden Tag gerne zur Arbeit gehen. Das tust du als Basketballprofi ja wahrscheinlich auch. Ist etwas bei allen Entbehrungen, was dir viel Spaß macht, zumindest sieht es, äh, danach aus. Ähm, lass uns nochmal weggehen von auch der, der persönlichen Geschichte hin zu dem, was jetzt hier in München gerade passiert. Ich habe mit großem Interesse das Spiel gegen Hamburg mir angeschaut und vor allem habe ich mich sehr gefreut, als du dann nach sechs Minuten vom Hallensprecher angekündigt, äh, zum ersten Mal dann für die Bayern auf dem Parkett standest, nachdem du ja dich noch reinkämpfen musstest. Gordi hatte ja gesagt, der ist jetzt seit einer Woche im vollen Training, mal gucken, ob er gegen Hamburg kommt. Äh, dann bist du gekommen. Ähm, wie war das? Warst du aufgeregt? Aufgeregt war ich nicht. Ich war, ähm, ziemlich froh. Endlich drauf? Ja, ich war ziemlich froh, dass, ähm, dass ich, äh, dass ich wieder spielen konnte, weil ich bin, ich war nicht oft verletzt in meinem Leben, ähm, und, äh, deshalb wusste ich gar nicht so richtig, wie sich das anfühlt. Ähm, und ich, ähm, und ich, äh, bin auch ein schlechter Verletzter. Also, ich hab, ich hab keine Lust da, äh, die ganze Zeit zuzugucken oder irgendwie, äh, wenn die anderen trainieren, dann nicht dabei zu sein. Also, das, das, das macht, das, 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 äh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm. Ähm, und bin dann ungeduldig auch. Und, ja, und deshalb bin ich einfach froh gewesen, dass ich, dass ich wieder auf der, auf der Platte stehen konnte. Und ich war, bin auch froh, dass ich wieder BWL spielen konnte. Es war, wie gesagt, wir haben jetzt drüber gesprochen, acht Jahre lang nicht, äh, der Fall gewesen. Und deshalb einfach eine große, große Erleichterung, aber aufgeregt war ich nicht. Erste Würfe sind dann erstmal daneben gewesen, ne? Ähm, war wahrscheinlich auch noch. Alle, alle. Oder alle sogar. Ich hab mir vor allem die erste, weil ich, ich bin ja, ich bin ja großer Fan deiner Arbeit, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das selber in dem Spiel gegen die USA, du, haben wir uns da gefragt, äh, Patrick Feberling und ich war, wieso, hat da die NBA nie angeklopft oder er auch nicht? Oder, äh, gab's nie die, die, die Ideen dazu? Ein großes Mysterium, äh, vielleicht haben wir da später noch Zeit zu oder wann anders. Aber ich hab mich wahnsinnig gefreut, dich spielen zu sehen. Und, äh, man hat ja angemerkt, dass du endlich da bist. Wie da bist, wo du hingehörst. Ähm, mit großen Erwartungen natürlich auch, spürst du die, dass auch hier das Umfeld Erwartungen hat, äh, ne? Großer, großer Neuzugang und zwar nicht nur, was die Körpergröße angeht. Ja, natürlich. Also, ähm, das ist, das ist ja auch okay. Also, ähm. Damit kannst du auch rumgehen, ne? Ja, also, das, das Problem ist, oder was heißt, das Problem ist nicht, sondern, dass, keiner wird jemals mehr Erwartungen haben an mich, als ich an mich selber. Deshalb, äh, 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 alles, was von außen kommt, ähm, spür ich selber. Also, spür ich selber für mich und deshalb ist das, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich hier reingehe und auf einmal sind ganz viele Erwartungen da und ich bin überrascht davon, sondern ich hab die ganzen Erwartungen, die die Leute draußen haben, hab ich auch an mich. Mhm. Deshalb, ähm, deshalb ist das für mich okay, ähm, und wenn ich ein schlechtes Spiel mache, äh, bin ich von mir selber enttäuscht. Warst du enttäuscht gegen Hamburg? Nein, also, nee, da, ich war, ich war jetzt nicht zufrieden mit dem Spiel, aber ich war, äh, zufrieden, wieder zurück zu sein und das war das, das war das Wichtige für mich. Also, dass, dass in dem Spiel, dass ich jetzt da, dass da jetzt nicht ein Sahnetag von mir kommt, das, das war, das war mir bewusst, aber, ähm, ich war, ich war, die Erleichterung hat, 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 war da, war da, hat er überwogen, ja. Und, wie gesagt, ich wäre mehr enttäuscht gewesen, hätten wir verloren, ähm, aber, aber sonst, nee, enttäuscht war ich nicht. Also, ich, wie gesagt, ich kann das relativ gut einschätzen, in welchem Stadium meiner, äh, Recovery ich mich, äh, mich befinde. Wo bist du, was würdest du sagen gerade? Kann man das in Prozenten sagen? Nee, aber ich bin, 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 bin noch nicht, bin noch nicht da, wo ich, wo ich, wo ich hin will. Also, das, ähm, es fehlt noch, fehlt noch so ein paar Prozent an, an, an Spritzigkeit und sowas, ist, was, was halt normal ist, nach, nach fast zwei Monaten, äh, nicht auf dem Feld gewesen zu sein. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag, ne? Also, wir haben die Situation, dass die Liga gestartet ist, in Deutschland die Euroleague startet. Die Doppelbelastung ist natürlich für euch riesengroß, verbunden mit wahnsinnig vielen Reisen. Aber eben auch in einer fantastischen Liga, ähm, in einer, in einer Liga, wo du, wo du wirklich ganz viel Interessantes auch erleben wirst. Und jetzt gleich, dann zu Beginn, im SAP-Garten gegen Real Madrid. Ich sag mal, ein obereres Regal in Europa kannst du dir natürlich für so einen Auftakt gar nicht wünschen. Oder hättest du dir eher eine Mannschaft gewünscht, wo du nicht unbedingt als Außenseiter reingehst? Äh, die Frage wurde ich, wurde ich schon gefragt. Und, äh, die Antwort ist, äh, ganz einfach, dass in der Euroleague hast du, wird es keine Mannschaften geben, wo du sagst, hier, das, äh, das Ding holen wir auf jeden Fall. Das ist, in der Euroleague kann, kann wirklich jeder jeden schlagen. Ähm, das sagt man immer so schön, aber es ist halt wirklich so. Das hat ja auch die Vergangenheit immer wieder gezeigt. Und, und, ähm, deshalb, natürlich ist Real Madrid, der Name ist dem Anlass entsprechend, aber, ähm, ja, es ist jetzt, äh, es gibt jetzt keine Teams, die, die du einfach, die einfach im Vorbeigehen, äh, geschlagen werden. Deshalb, ähm, können wir uns von dem Gedanken sowieso schon verabschieden, ähm, und, ähm, ja, ich find's gut, dass Real kommt. Und damit auch in deiner neuen Halle zum ersten Mal. Große Freude ist ja der Plan, ne, dass die Euroleague eben im SAP-Garten gespielt wird. Die Liga weiter hier in eurem Wohnzimmer im BMW-Park. Ähm, wie sehr freust du dich auf diese neue Arena? Ja, wie gesagt, wir waren einmal drin jetzt, ähm, einmal, äh, Individualtraining gemacht. Aber ich wollte sagen, es gab auch schon ein Court, es gab ein Court, konzentrieren. Genau, genau, wir haben Individualtraining gemacht. Es war, äh, wirklich, wirklich super. Also, sehr, sehr schöne Halle. Ähm, 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 ich freu mich darauf, dass da eine richtig coole Stimmung ist, weil die, die, äh, Tribüne wirklich ziemlich eng am, am Feld ist. Das ist wirklich, ähm, was sehr, sehr Besonderes. Und, äh, ja, also, ich, ich freu mich, freu mich tierisch drauf. Große Freude auch dann gegen Real Madrid, egal wie das ausgeht. Aber du sagst ja, und sonst brauchst du im Sport übrigens auch gar nicht antreten. Es kann jeder jeden schlagen. Und es gibt ja hier auch aus München durchaus auch Stimmen, die, äh, gesagt haben, wir wollen in dieser Euroleague-Saison oben angreifen. Das ist auch richtig so übrigens. Und ich finde das auch gut. Zu sagen, auch wenn wir im letzten Jahr, ähm, dann die Playoffs verpasst haben und so weiter. Wir wollen nach oben. Und wir wollen da hin. Auch, glaube ich, ist für den Spieler ganz, ganz wichtig, dass du spürst, was auch für einen Verein nicht nur für die Identität hat, sondern sich auch für die Zukunft weiter baut, ne? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Marke FC Bayern steht ja für, für Gewinn. Und ich glaube, dass, ähm, dass, ähm, dass wir uns da gar nicht irgendwie, äh, klein machen müssen. Ähm, ich glaube, wir, wir, äh, wir, äh, wir haben alle, alle große Ziele, alle, die hierher gekommen sind, ähm, Gordi allen voran, ähm, dass, das, das, das gerade auch mit der neuen Halle und, wie gesagt, mit dem, mit dem, mit dem neuen Trainer, dass du jetzt irgendwie da so ein bisschen Aufbruchstimmung irgendwie verbreiten kannst. Ähm, und, ähm, und, ja, als Spieler, du willst jedes Spiel gewinnen. Und wenn du jedes Spiel gewinnst, äh, brauche ich jetzt nichts zu erzählen, dann bist du am Ende zumindest mal im Final Four. So, das wäre das geil. Und, äh, das, 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 aber, wie gesagt, ist, das ist halt einfach gesagt, aber, wie gesagt, das, das sollte das Mindset sein. Und dass, dass, dass es nicht einfach wird und dass es, dass es nicht einfach wird, die Playoffs zu erreichen, das, das ist auch so. Aber, wie gesagt, das ist, das, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, mit dem bist du auch hier angetreten. Und Gordi ist als Bundestrainer angetreten und hat damals ausgerufen, also zum einen ja das berühmte Commitment von euch zu bekommen. Wir sind dabei. Das ist jetzt in der Vereinsmannschaft, da hast du automatischen Vertrag und bist dabei. Nicht ganz so ein Riesenthema, aber diese drei Medaillen in drei Jahren waren natürlich etwas, woran ihr euch fokussiert habt und was ja auch fast, und ich sage ganz bewusst fast, geklappt hat. Für mich hat es geklappt, weil es einfach drei große Erfolge waren, auch wenn am Ende die bronzene Medaille fehlt. Was hat er euch jetzt mit auf den Weg gegeben? Hat er was gesagt? Drei Jahre, drei Titel, drei Jahre, sechs Titel, drei Jahre, sieben Titel. Gibt es da irgendeine Zahl, an der wir uns da entlanghangeln können, die du sagen darfst? Oder gab es das jetzt diesmal nicht so? Weil Gordi ist ja schon sehr strukturiert, auch in seinen Zielen, sehr strukturiert, auch welche Spieler, welche Rolle spielen. Also, es gab wieder dieses berühmte Meeting, wo die Ziele festgelegt werden. Aber die Ziele sind ja für jeden auch so ein bisschen unterschiedlich. Also, jeder geht ja auch so ein bisschen unterschiedlich daran, für sich persönlich. Der eine sagt, ich brauche das höchstmögliche Ziel, was es geht, um quasi da überhaupt in die Nähe zu kommen. Und der andere setzt sich gerne realistische Ziele, die vielleicht erreichbar sind. Und das Wichtige ist halt, dass die Ziele nicht so weit auseinander sind. Und wir in diesen Meetings versuchen wir halt, als Team auf ein Ziel zu kommen. Und wir haben ein Ziel, ich glaube nicht, dass das kommuniziert wurde. Aber, ja, es liegt eine Menge Arbeit vor uns, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Darfst du das nennen? Also, ich glaube, wir haben es nicht kommuniziert. Und deshalb lasse ich das jetzt auch hinter verschlossener Tür. Gordi hat ja gesagt, Final Four. Final Four in der EuroLeague? Aber, wie gesagt, Gordi ist halt einer, der setzt sich sehr, sehr gerne hohe Ziele. Und das ist ja auch okay. Und wir alle haben ihn ausgelacht, als er die drei Medaillen gesagt hat. Selbst wir Spieler haben gesagt, das ist aber jetzt ziemlich forsch. Ich war dabei. Also, wissend, aus welcher Situation wir kamen. Ja, total. Aber am Ende war er der Lachende. Oder wir alle zusammen lachen. Alle zusammen, auch völlig zu Recht. Also, er wird nicht als Ziel ausgegeben haben, wir werden Fünfter in der BWL und Zehnter in der EuroLeague. Da bin ich mir ganz, ganz sicher und den Pokal schaffen wir es ins Viertelfinale. Da sind wir uns einig, das hat er nicht gesagt, richtig? Ja, sicher. Also, die Ziele sind höher als genau das. Wir werden es sehen. Fakt ist, der Saisonstart kein leichter, aber auch das weiß jeder. Es braucht Zeit, auch dass eine Mannschaft sich neu findet, sich mit einem neuen Trainer findet. Und das, was wir zum Teil schon gesehen haben, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich würde gerne nochmal einen Blick auch zurück in die Heimat mit dir gehen, zum Schluss unseres Gesprächs. Wenn du an deine Heimat denkst, an Eisenach denkst, an Thüringen denkst, was kommt dir so als erstes in den Kopf? Ja, Heimat. Also, das ist für mich meine Heimat. Ich habe einen Großteil meines Lebens dort verbracht. Dort ist meine Familie. Dort habe ich viele Freunde. Wie gesagt, meine Kindheit in Eisenach verbracht und meine Schulzeit in Jena. Oder die zweite Schulzeit quasi in Jena. Und das ist, ja, viel Heimatgefühl. Ich bin selber aus dem Westen, bin aber mittlerweile ganz überzeugter Brandenburger, lebe dort wahnsinnig gerne und ärgere mich immer über Berichterstattung, gerade was auch die politische Landschaft angeht. Und ich erlebe so viele tolle Menschen und ich erlebe so viele, ja, auch unterschiedliche Geschichten, auch Historien, auch vor der Wende, wenn du dich mit Menschen unterhältst. Das, was gerade politisch passiert in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg, das waren die letzten drei Wahlen. Das ist etwas, worüber ich viel nachdenke. Bist du ein politischer Mensch? Ja, also für mich privat bin ich schon ziemlich interessiert. Verfolge natürlich so ein bisschen, was da abgeht. Kannst du den Frust der Menschen verstehen? Ich war selber in Weimar am Tag nach der Landtagswahl und habe da sehr, sehr viele Interviews mit Menschen gemacht auf der Straße und höre immer von Frust von Menschen. Kannst du das nachvollziehen, dass Menschen, gerade in den neuen Ländern und, dass ich nach 35 Jahren neue Länder sage, ist eigentlich schon ein Witz, aber es heißt ja immer noch so, dass Menschen frustriert sind? Ja, ich glaube, die Menschen sind überall frustriert gerade und das äußert sich halt immer ein bisschen anders. Und ja, bei den Wahlen jetzt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg hat sich das halt in der Weise geäußert, wie es sich geäußert hat. Ich kann, Frust kann ich immer verstehen und ja, das ist halt immer nur die Frage, wie man damit umgeht oder wie die Gesellschaft an sich damit umgeht. Und da, ja, da wünscht man sich manchmal einen anderen Umgang damit. Umgang, einen anderen Umgang damit auch. Macht das was mit dir persönlich auch, wenn die, auch medial, die Heimat verunglimpft wird? Wenn es auf einmal heißt, der braune Osten, der rechte Osten. Also selbst wenn 30 Prozent übrigens AfD wählen, heißt das, 70 Prozent haben sich gewählt. Wird oft vergessen, zumindest so mein Gefühl. Aber ist das etwas, was dich ärgert? Ja, natürlich, weil, also, ich komme ja auch daher und ich habe, ich identifiziere mich jetzt überhaupt nicht mit Braun sein oder so. Und ich kenne ganz viele Leute, die sich damit auch nicht identifizieren. Und ich glaube, das ist natürlich einfach gesagt, wenn du von außen rauf guckst. Aber die Probleme, die da seit, ja, jetzt kann man ja schon sagen, seit Generationen dann da sind und vielleicht auch die Sachen, die da vor 35 Jahren vielleicht eventuell falsch gelaufen sind, dass die sich bis jetzt immer noch ziehen, ist ein bisschen, ja, das ist ziemlich schade. Ja, definitiv. Zum guten Schluss dieses Gesprächs, und das würde ich gerne mit jedem unserer Gäste hier machen, würde ich gerne über die drei besten Spieler gegen oder mit, denen du je gespielt hast, sprechen. Sozusagen das ganz persönliche Power-Ranking. Wer sind deine drei besten Mit- oder Gegenspieler? Völlig egal. Ja, das ist Nummer eins auf jeden Fall Dirk Nowitzki, mit Sicherheit. Ich hatte die Ehre, 2015 mit ihm zu spielen, in der Nationalmannschaft bei der EM. Das war, ja, das war was ziemlich Großes. Für mich dann halt auch einer, der nicht mit Basketball aufgewachsen ist, aber dann quasi zu seiner Hochzeit in der NBA ihn doch dann sehr, sehr verfolgt hat und auch in der Nationalmannschaft. war das schon was Besonderes. Und ja, das ist was, was du auf jeden Fall mitnimmst und was er für den deutschen Basketball getan hat und auch gerade für vielleicht Spieler, die auf meiner Position spielen und so spielen wie ich, was er für uns gemacht hat. Das war schon echt super. Das war jemand wie du mit deiner Größe in den 90ern immer unter dem Korb geparkt worden wäre. Was du heute von der Dreierlinie zeigst, immer und immer wieder, das wäre früher nicht denkbar gewesen. Hat sich das Spiel verändert. Genau, und genau dafür ist er halt auch mitverantwortlich. Ja, und deshalb ist er auf jeden Fall auf der Eins. Dann auf der Zwei nehme ich jemanden, der gerade seine Karriere beendet hat, Kyle Heinz. Zweimal wird ihm zusammengespielt, einmal in Moskau und einmal in Mailand. Was macht ihn besonders? Erstmal ist es ein Gewinner. Viermal die Euroleague gewonnen. Super erfolgreich. Dazu ein super feiner Mensch. Ein großartiger Leader eines Teams, von dem ich viel gelernt habe. Nicht nur im, also auch einfach im, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, auch wie man mit Frustrationen umgeht oder so. Also jemanden, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammengespielt habe, dem ich sehr, sehr gerne zugeguckt habe und von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Kyle Heinz. Bisher zwei Mitspieler. Zwei Mitspieler. Noch ein Gegenspieler. Gegenspieler, wieso kannst du entscheiden? Ich, da nehme ich vielleicht den beeindruckendsten, gegen den ich gespielt habe und das war Anthony Edwards. Die Ant-Man. Wir haben ein Vorbereitungsspiel letztes Jahr in Abu Dhabi. In Abu Dhabi. Und da haben wir eine Zonenpresse gespielt und er kriegt den Ball so auf Höhe der Freiluflinie auf unserer Seite dann schon. Und ich stand so halb daneben und Daniel stand unter dem Korb. Und er macht so ein Power-Dribbling. Und also jeder normale Mensch würde nach dem Überspielen der Zonenpresse das Spiel ruhig machen. Und der nimmt einen Power-Dribbling und dankt Daniel sowas von ins Gesicht. Entschuldigung Daniel, aber das war eines der krassesten Sachen, die ich jemals gesehen habe, weil auch diese aus der, als kleinerer in Anführungszeichen Spieler, so einen Move zu machen in dieser Situation, war für mich unfassbar. Und dann auch danach diese Explosivität, die er hat, das war, sowas habe ich noch nie gesehen. Also das war wirklich, das war wirklich für mich so beeindruckend, dass, ja, dass ich vielleicht den nehmen würde. Anthony Edwards, also wahnsinnig jung, wahnsinnig Zukunft noch Vorsicht. Du hast ihn dann mit der deutschen Mannschaft im Halbfinale geschlagen. Er war ja auch in diesem Turnier damals eben mit dabei, wie Tyrese Halliburton beispielsweise auch. War ja nicht so eine ganz große Namensmannschaft wie jetzt die jetzige oder die letzte. Aber, und er war jetzt auch wieder mit dabei bei den Olympischen Spielen, hast du wieder gegen ihn gespielt, ja auch in London bei dem Testspiel. Ganz interessant. Weißt du, was mein Lieblingssatz von Anthony Edwards ist, als er mal gefragt wurde, was ist der Unterschied zwischen Michael Jordan und dir, weil es um diese Explosivität ging. Seine Antwort, und die fand ich sehr beeindruckend, war, kennst du die Antwort? Nee. Ich kann Dreier schießen. Ja, also. Das hatte für mich so eine schöne, das hatte so eine schöne, irgendwie positive Arroganz. Ja, also das beschreibt halt auch sehr gutes Mindset von, gerade auch von vielen Spielern, die aus Amerika auch nach Europa kommen. Ja, diese Selbstverständlichkeit, natürlich, klar, warum nicht? Kann ich. Also, und das hilft, das hilft, das hilft ihnen ungemein. Und ich glaube, das ist auch sowas, was halt dann manchmal so den Europäern vielleicht ein bisschen fehlt, weil halt einfach eine andere Schule, ein anderes, ja, andere, vielleicht ein anderes Aufwachsen. Und ja, aber das hilft ungemein, dieses Selbstvertrauen, dieses, ich habe keine Zweifel daran, dass ich so gut sein kann wie Michael Jordan. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Joe, das hat viel Spaß gemacht mit dir. Spielst du gegen Real, hat der Coach schon was gesagt? Ich hoffe es doch. Also, du hoffst es, aber er wird mit dir entsprechend gesprochen haben, dass du ganz normal auf diesen Spieltag, den ersten in der EuroLeague vorbereitest. Ich hoffe, das wird was. Das heißt also, Verletzungen und so weiter, ist alles passé. Du bist noch nicht, das haben wir gelernt in diesem Gespräch, da, wo du dich siehst, da, wo du sein willst, aber du bist soweit, der Mannschaft jetzt endlich helfen zu können. Hoffen wir es. Hoffen wir es gemeinsam. Danke dir ganz, ganz herzlich. Es gibt noch viele weitere Themen. Ich hätte gerne noch mit dir über die Zeit in Moskau gesprochen und, und. Dann wird es aber, wir machen irgendwann nochmal zwei. Machen wir, machen wir irgendwann. Ja? Danke dir. Perfekt. Das hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Hier unser, ja, oder die erste Folge von Open Court, der Podcast der Bayern, beziehungsweise des deutschen Meisters des Vokalsiegers. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen, würden wir uns natürlich darüber freuen. Ansonsten weiter natürlich auch mitteilen das Ganze über die sozialen Medien, dass möglichst viele Menschen dieses wunderbare Gespräch, die tollen Antworten von Johannes Vogtmann bekommen. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns in vier Wochen wieder. In zwei Wochen dann, Steffen und Jens. Das war's für diesen Moment. Danke fürs Zuschauen und vor allem fürs Zuhören. Bis bald.